Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessrechtlichen Video. Die gerichtliche Zuständigkeit ist das examensrelevante Thema aus dem ganzen Zivilprozessrecht. Wir beschäftigen uns deshalb in insgesamt fünf Videos damit. In diesem Video geht es los mit den Grundlagen. Im Wesentlichen unterscheidet man fünf Arten gerichtlicher Zuständigkeit. Die Rechtswegzuständigkeit, die internationale Zuständigkeit, die örtliche Zuständigkeit, die sachliche Zuständigkeit und die funktionelle Zuständigkeit. Zuerst in aller Kürze zur Rechtswegzuständigkeit. Das deutsche Prozessrecht kennt fünf verschiedene Rechtswege. Die ordentliche Gerichtsbarkeit, die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit und die Sozialgerichtsbarkeit. Die gerichtliche Entscheidung über die Eröffnung des Rechtswegs ist in § 17a GVG geregelt. Den Umfang der ordentlichen Gerichtsbarkeit definiert § 13 GVG. Beide Normen schauen wir uns kurz an. Gemäß § 17a Absatz 2 Satz 1 GVG erfolgt bei falschem Rechtsweg eine Verweisung von Amts wegen, ohne dass ein Antrag gestellt werden muss. Das Gesetz ist hier großzügiger als bei sachlicher und örtlicher Zuständigkeit, wie wir noch sehen werden. In zivilrechtlichen Klausuren wird die Eröffnung des ordentlichen Rechtswegs nur sehr selten relevant. Auf die Abgrenzung zwischen ordentlicher Gerichtsbarkeit und Verwaltungsgerichtsbarkeit kommt es eher in öffentlich-rechtlichen Klausuren an. Inhaltlich geht es um ein und dasselbe Problem. Deshalb verweisen wir an dieser Stelle auf die ÖVP-Blöcke zum Verwaltungsrecht und machen weiter mit dem nächsten Punkt. Die internationale Zuständigkeit regelt, wann überhaupt in Deutschland geklagt werden kann. Europaweit wird die internationale Zuständigkeit in weiten Teilen durch die Brüssel 1a-Verordnung geregelt. Teilweise gelten aber auch die Vorschriften der ZPO über die örtliche Zuständigkeit entsprechend. Gute Nachricht, bis 2024 ist die internationale Zuständigkeit noch nicht examensrelevant. Wir behandeln sie deshalb in unseren Videos nicht weiter. In der Klausur müsst ihr die internationale Zuständigkeit nicht ansprechen. Die örtliche Zuständigkeit regelt, an welchem Ort in Deutschland jemand klagen kann. Die ZPO nennt Orte, an denen geklagt werden kann Gerichtsstände. Geregelt sind Gerichtsstände und damit die örtliche Zuständigkeit in § 12 fortfolgende ZPO. Das Grundprinzip der örtlichen Zuständigkeit lässt sich direkt aus § 12 ableiten. Schaut selbst einmal hinein. Wer eine Person verklagen will, muss sich grundsätzlich zu deren allgemeinen Gerichtsstand begeben. Auf Latein aktor sequitur forum rei. Der Kläger folgt dem Gerichtsstand des Beklagten. Der allgemeine Gerichtsstand natürlicher Personen ist gemäß § 13 ZPO an deren Wohnsitz. Gemeint ist der Wohnsitz im Sinne des materiellen Rechts, der in § 7 BGB geregelt ist. Der allgemeine Gerichtsstand juristischer Personen ergibt sich aus § 17 ZPO. Dieser gilt auch für rechtsfähige Personengesellschaften, also vor allem für GbR, OHG und KG. Klausurrelevant ist vor allen Dingen Absatz 1, der in Satz 1 auf den Sitz verweist. Auch hier schickt uns die ZPO in das materielle Recht. Bei einer Klage gegen eine GmbH kommt es somit auf deren satzungsmäßigen Sitz nach § 4a GmbH-Gesetz an. Auf § 17 Absatz 1 Satz 2, der auf den Ort der Hauptverwaltung verweist, kommt es nur an, wenn sich ein Sitz nach dem materiellen Recht nicht bestimmen lässt. Das kann zum Beispiel bei einer GbR ohne verschriftlichen Gesellschaftsvertrag der Fall sein. Fehlt die örtliche Zuständigkeit, gilt § 281 ZPO. Gemäß § 281 Absatz 1 Satz 1 muss der Kläger die Weiterverweisung an das zuständige Gericht beantragen. Tut er das nicht, ist die Klage unzulässig. Die sachliche Zuständigkeit regelt, welche Art von Gericht in der ersten Instanz zuständig ist. In der Klausur wird es hier in den allermeisten Fällen um die Abgrenzung der Zuständigkeit von Amtsgericht und Landgericht gehen. § 1 ZPO schickt uns für die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit ins GVG. Entscheidend ist hier das Zusammenspiel von § 23 und § 71 GVG. Beginnen wir, mit § 71 Absatz 1 GVG, den ihr euch bitte kurz durchlest. Der Grundsatz, die Landgerichte sind dann zuständig, wenn die Amtsgerichte es nicht sind. Die Zuständigkeit der Amtsgerichte ergibt sich aus 23 GVG. Am klausurrelevantesten ist hier die Nummer 1, die den Amtsgerichten alle Streitigkeiten zuweist, deren Streitwert 5000 Euro nicht übersteigt. Abgrenzungsfrage. Welche Gerichte sind bei einem Streitwert von genau 5000 Euro zuständig? Dann sind 5000 Euro nicht überstiegen, sodass die Amtsgerichte sachlich zuständig sind. Mehr zur Berechnung des Streitwerts, die übrigens nach ZPO erfolgt, gibt es im Video zur sachlichen Zuständigkeit. § 71 Absatz 2 GVG enthält ein Katalog von Ansprüchen, die unabhängig vom Streitwert den Landgerichten zugewiesen sind. Klausurrelevant sind diese Ansprüche aber eher nicht, deshalb gehen wir hier nicht weiter darauf ein. § 23 Nummer 2 und § 23a GVG enthalten einen entsprechenden Katalog für die Zuständigkeit der Amtsgerichte. Kennen solltet ihr hier § 23 Nummer 2 LID A, der eine ausschließliche Zuständigkeit der Amtsgerichte für Ansprüche aus einem Wohnraummietverhältnis begründet. Fehlt die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, gilt wie bei der örtlichen Zuständigkeit § 281 ZPO. Gemäß Absatz 1 Satz 1 muss die Klägerin also die Weiterverweisung an das zuständige Gericht beantragen, sonst ist die Klage unzulässig. Wie bereits angekündigt, jetzt noch ein kurzes Wort zur funktionellen Zuständigkeit. Die funktionelle Zuständigkeit regelt, welches Organ der Rechtspflege für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist. Das umfasst insbesondere die Frage, welches Gericht an welcher Stelle im Instanzenzug zuständig ist. Daneben grenzt die funktionelle Zuständigkeit etwa ab, welche Verstreckungsorgane für welche Maßnahmen zuständig sind. Warum behandeln wir sie hier dann so stiefmütterlich? Weil ihr in den allermeisten ZPO-Fragen zur Zuständigkeit nichts zur instanziellen oder funktionellen Zuständigkeit schreiben müsst. Die funktionelle Zuständigkeit ist keine Voraussetzung, die man für die Zulässigkeit einer zivilrechtlichen Klage prüfen muss. Wenn in der Klausur nach der Zuständigkeit eines Gerichts gefragt ist, müsst ihr im absoluten Regelfall nur auf sachliche und örtliche Zuständigkeit eingehen. Relevanter wird die funktionelle Zuständigkeit bei Rechtsmitteln und im Zwangsverstreckungsverfahren. Fassen wir noch einmal zusammen. Es gibt verschiedene Arten der Zuständigkeit. Rechtswegzuständigkeit, internationale, örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeit. Wenn in der Klausur nach der Zuständigkeit eines Gerichts gefragt ist, müsst ihr im Regelfall nur auf örtliche und sachliche Zuständigkeit eingehen. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach § 12 fortfolgende ZPO. Für die sachliche Zuständigkeit verweist uns § 1 ZPO ins GVG. Bei fehlender örtlicher oder sachlicher Zuständigkeit muss gemäß § 281 Absatz 1 Satz 1 ZPO ein Antrag auf Weiterverweisung gestellt werden. Unterlässt der Kläger den Antrag, ist die Klage unzulässig. Das war es mit unserem Einführungsvideo zur Zuständigkeit. In den folgenden Zuständigkeitsvideos beschäftigen wir uns mit konkreten Problemen. Bis zum nächsten Mal. Sie kommen bei uns. ф